Ja, die erste eingestiegen auf der Grundmontage. Cool, Alter. Auftreibend 40 cm vom Grund mit Bienenmarde und Paste. Super schöner Fisch, gut spritzig. Ich glaube es geht wieder los, Freunde. Die erste wunderschöne Regenbogenforelle, meine lieben Freunde. Jawoll, JJ auch jetzt mit dem Biss, auch auf Grund. Schöne Forelle, sieht sehr lecker aus. Ja, jetzt haben wir sie. Jawoll, Petrimaus. Richtig cool.